Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der Montag, 4. Juni 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 385 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Google Drohnen, GitHub, Android Tablets, Facebook Tricks, Stromausfall, FIT und WWDC 2018. Ich beginne mal mit Google. Das ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Thema hier in der Daily, aber auch in der News-Folge vom Geek Talk Mutter-Podcast hatte. Denn Google ist ja unter anderem für das amerikanische Militär tätig. Da berechnen sie gewisse Daten von Drohnen und nicht irgendwelchen lustigen kleinen Drohnen, die man so im Shop um die Ecke kaufen kann, sondern von Militärdrohnen, wie die, wo sie einschlagen, mit wem sie konfrontiert werden etc. Und das hat nicht nur intern bei Google gerumpelt, da gab es schon einige Kündungen und eben auch Proteste intern, einen Sammelbrief an den Chef von Google selber. Und das zu guter Recht, das hatte ich ja vor einigen Wochen schon mal. Jetzt ist es soweit, dass Google darauf reagiert hat, denn nicht nur intern gab es Stunk, auch extern gab es zum Glück noch mehr Druck als jetzt hier nur vom Daily aus, denn immer mehr Leute und immer mehr Sendungen haben darauf aufmerksam gemacht, dass eben Google da halt sehr, sehr böse agiert oder im Bösen agiert in dem Sinne, eben halt fürs Militär deshalb böse. Ah, der Kleist schliesst sich. Jetzt wissen wir, weshalb das Don't be evil aus dem Slogan draussen ist. Aber kommen wir zurück. Google hat jetzt verlauten lassen, dass man den Vertrag nicht mehr verlängern wird, heisst aber immerhin doch noch, dass man die nächsten 18 Monate für das amerikanische Militär arbeiten wird. Das ist natürlich eine lukrative Geschichte. Dabei bekommt man doch das eine oder andere Millionchen für die ganze getane Arbeit. Ich hoffe mal, dass es da nicht noch mehr Kündigungen gibt für Google. Ansonsten, ja, auch zu Recht, weil eben sowas macht man halt einfach irgendwie nicht. Obwohl, ja, tun halt eben viele grosse Firmen leider. Muss man ja auch. Irgendjemand muss die Arbeit tun, denn das Militär will befeuert sein. Aber gehen wir weiter ein bisschen. Es ist Montag, es sollen neue, frische Themen kommen und nicht immer nur das Negative. Microsoft, und jetzt geht es weiter in Spekulationen, soll an der Übernahme von GitHub interessiert sein. Aktuell ist man am Verhandeln und möchte da das eine oder andere Millionchen draufschmeissen und das Ganze übernehmen. GitHub ist mittlerweile eine zentrale Schnittstelle für die Entwicklung von Open Source Software. Und deshalb würde das natürlich Microsoft gut in den Kragen passen, wenn man da selber ein bisschen mitmischen könnte, respektive wenn einem das Ganze gehören würde. Wir dürfen gespannt sein, zum einen, ob sie es schaffen, die Leute da zu überzeugen und vor allem auch, wie sich das Ganze nachher weiterentwickeln wird. Weil es ist doch nicht jeder, der Open Source Dinge macht, ein Freund von Microsoft. Obwohl die in letzter Zeit sehr viel in dem Bereich tun. Ich glaube, letzte Woche hat der Achim in der Daily drin gehabt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die Android-Tablets waren verschwunden. Und zwar nicht einfach irgendwo, sondern auf der offiziellen Android-Webseite von Google sind plötzlich die Tablets rausgefallen. Ein Ding, was man schon länger vermutet hat, denn Chrome OS ist da ja stark im Kommen. Vorletzte Woche hat Acer ihre Produkte, ihre neuesten Produkte vorgestellt. Die Tablet-Geschichten jeweils vom Chrome OS und Fuxia OS, der lang erwartete Nachfolger von Android, der ist ja auch schon in den Startlöchern und wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann langsam vorwärts kommen oder auf die Geräte kommen. Das Ganze hat sich jetzt aber als ein Fehler rausgestellt. Somit sagt zumindest Hiroshi Lockheimer von Google direkt und wir haben einen Tweet und die Tablets sind da jetzt wieder drauf. Dürfen wir mal gespannt sein und ja, schaut euch selber mal die Tablets an und die Updates, wie fleissig die kommen, respektive was da für neue Features dazukommen. Bei Facebook trickst man seine Benutzer aus. Die DSVGO hat ja so Dinge, die man ruft, so Dinge hervor, wo man wieder ein bisschen bestätigen darf und das ist bei Facebook nicht anders. Leider ist es bei Facebook so, dass viele der Nutzer sich da noch ein bisschen zaghaft tun und die ganzen Bestimmungen bis jetzt noch nicht akzeptiert haben. Deshalb hat man jetzt begonnen mit sogenannten Fake Benachrichtigungen zu arbeiten. Oben die Bubble, wo neue Message drin ist, steht kein 1 in den roten Bubble drin, sondern einfach ein roter Punkt, was eigentlich irgendwie signalisiert, da oben wäre was Neues. Wenn man draufklickt, kommt man gleich auf eine füllende Seite, wo man eben die neuen aktualisierten Nutzenbestimmungen akzeptieren muss. Als Alternative zum Zustimmen gibt es etwas, das nennt sich Löschen des Kontos. Und das möchte doch wahrscheinlich nicht so schnell jemand tun, der vor allem gerade denkt, dass da noch eine Message im Korb drin ist. Ziemlich unschön, Facebook und anscheinend nicht das erste Mal, dass sie so in dir Art und Weise reagieren. Aber auch irgendwie verständlich, denn nach dem 25.05. müssen sie von den Nutzern das Einverständnis bekommen. Und wenn die Nutzer bis jetzt das irgendwie nicht getan haben, dann muss man sie andersweitig dazu bekommen. Also somit eigentlich auch nur konsequent. Gehen wir über in Richtung Deutschland. Da gab es gestern am Sonntag einen kleinen Ausfall. Was heisst einen kleinen Ausfall? Es gab einen Stromausfall, der sich ziemlich heftig ausgewirkt hat. Über 30.000 Passagiere konnten nicht weiterfliegen, nicht ihre Kollegen abholen, ihre Freunde abholen oder sonst was. Ab 10 Uhr ging nichts mehr und dann den ganzen Tag stand der Flughafen still. Weil Leute wurden nach Hause geschickt, nach draussen geschickt, weil natürlich auch Klimaanlagen und solche Geschichten nicht mehr funktioniert haben. Ich hoffe, das Ganze beruhigt sich im Laufe der Nacht, respektive geht dann auch wieder langsam los. Schon unschön, wie stark, dass wir abhängig sind von diesen ganzen Stromgeschichten und ja, Technologie halt. Aber umso schöner, wenn sie funktioniert. Die FITFYYD-Plattform ist ein Podcast-Verzeichnis und eine Suchmaschine für Podcasts. Der liebe Christian schraubt da schon seit Monaten, respektive Jahren dran rum. Und das Ganze, wie es halt so schön ist, wenn man ein privates Projekt hat und dran rumschraubt, das Ganze kostet Zeit. Zeit ist Geld und das ist ihm nicht mal ganz so wichtig. Vor allem wichtig ist ihm das Geld für die Server, neue Datenbanken und solche Geschichten. Und deshalb hat er sich entschieden, über Steady eine sogenannte Crowdfunding-Geschichte quasi aufzurufen, um sich die Server der Kosten und eben Datenbanken etc. zusätzliche decken zu können. Aktuell ist das Ganze bis zu 58% gefüllt. Heisst, ihr könnt da noch den ein oder anderen Euro reinwerfen. Ab einem Euro geht es los, dann 2, 3, 6, 10, 15 oder 20 Euro, die ihr da ihm monatlich beisteuern könnt. Wer also gerne die Plattform nutzt, zum einen eben um Daten aus den ganzen Podcasts heraus zu bekommen, aber auch als Suchmaschine für neue Podcasts etc. oder sogar Apps nutzt, die eben auf die API von ihm zugreifen, der kann doch ihm gerne ein bisschen was entgegenwerfen. Und wie er so schön sagt am Schluss, er kann uns aktuell wenig bis gar nichts bieten. Nee, lieber Christian, das ist nicht ganz so. Du bietest uns viel, nämlich die Plattform. Damit haben wir deutlich mehr Möglichkeiten und aktuelle und gute Daten. In diesem Sinne, schmeisst ihn zu mit Geld, den lieben Christian. Zu guter Letzt, heute ist es endlich soweit. Für all die Apple-Fanboys und Interessierten an dem Thema Technik, Apple, die WWD 2018, geht heute Abend um 19 Uhr, unsere Ortszeit, los. Aber noch vorher, ein bisschen unglücklich, aber nicht das erste Mal, kommt noch was, nämlich eine Keynote von Magic Leap. Die möchten heute Nachmittag, zwei, drei Stunden vorher, noch ihre neuesten Kreationen zeigen. Dürfen wir gespannt sein, was die zeigen. Genauso gespannt sein, was Apple zeigen wird. Das Ganze ist ja der Auftakt zur Entwicklermesse. Ich gehe mal nicht allzu stark davon aus, dass wir relativ viel Hardware sehen, respektive ziemlich gar keine Hardware sehen, vielleicht eins, zwei Stück. Aber wir dürfen gespannt sein. Eine grössere Bitte an euch, lasst euch das auf euch zukommen. Lasst euch nicht irritieren von den ganzen Gerüchten. Es kommen ja alles Mögliche oder will alles Mögliche kommen. Lasst euch überraschen, was kommt und seid happy damit oder auch nicht. Das ist ja eure Wahl schlussendlich. Auf jeden Fall, morgen werde ich euch die ganzen News dazu sicherlich schon ein bisschen zusammentragen können und dann in der Daily vortragen können. Das waren die Themen, die ich heute für euch mitgebracht habe. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Montag, in die neue Woche. Ich freue mich, euch diese Woche begleiten zu dürfen und wünsche euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Euer Pock Gipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.